So, herzlich willkommen hier zurück und wir machen hier den Nachkampf. Wieder mal. Willkommen hier. Hier in Mordors schwarzer Wildnis gingen wir auf die Jagd nach wilden Tieren, doch fanden wir eine ganz andere Art von Beute. Ja und das wirst du auch gleich merken, was für eine Beute wir haben. Oh, er hasst Gude. Ja, Gude und und. Oh, es ist... Oh, oh. Oh, oh. Nein. Wir wissen, wer das ist. Tschau. Da ist irgendwo so eine Klima. Wo ist denn das? Das nehmen wir gleich mit. Ah, ja, ja, das ist nicht gut. Okay. Probieren wir es auch. Bist du ein Nachschlag? Du abscheulicher Stückschlag. So, also gegen unseren Erdpfand und gegen irgendeinen anderen. Läufer, ich kenne deine Kriegs. Läufer. Ich kenne deine Kriegs. nein 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 ich hoffe es dir nicht zu besiegen aber gut das ist Pech das ging drei Hauptmänner war schon schwer gut der ist jetzt zum Hauptmann weiter aufgerückt sonst ist das Klassendings eigentlich gleich geblieben unser Erzfeind 20 macht hatte schon ich war noch nie so weit weg von zu hause mit jedem schritt verblasen die erinnerung an meine familie ich sehe nur dunkelheit vor mir liegen wir dürfen jetzt nicht ruhen wir müssen bis zum Ende durchhalten so was muss ich tun so Okay. Schlechter Schuss? Schlechter 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 Lass es noch? Schlechter reserve Schlechter Die Bleichheit ist längst brennt. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Gute Nacht. Oh, das ist doch nicht gut. Oh, wer bist du? Gut. Komm, warum treffe ich da nicht? Na ja. So. Das ist gleich die nächste Mission. Das machen wir auch noch. Du bist schüttelnd. Du bist nicht mehr so. Jetzt kommen wir. Wir sind schon wieder da. Ich bin nicht mehr 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 da. Du bist nicht mehr da. Okay. Session. Okay, shit. Das ist nicht so leicht, diese Mission, muss ich sagen. Ich schiff ein bisschen. Das ist das Nummer zwei. So, dann gehen wir da einfach über die Felsen, zur Nummer drei. Nein! Nein, das ist auch ein Boss. Wenn ich anfange, wirst du dir wünschen, von deiner Quale erlöst zu werden. Warum sind das so viele? Heute stirbst du! Session. Hast du das eigentlich gehabt, haben wir jetzt verloren? Wenn uns der eigentlich gesehen hat. Aber eigentlich dann doch nicht. Wir haben sie auch gehört. Die Sklaven machen sich schon in die Hosen. Weg nach der Aufregung. Was Gott so weiß es ist. Ja, okay. Also, dort drüben ist er. Und das davon ist der letzte. Dann haben wir... Oh, 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 oh. Das war so. Wenn du mich fragst, trainieren wir zu viel. Na, hast du recht. Das war eine Zeitverschwendung. Ruhe, ihr Deppen. Das Training macht uns immer stärker. Nein! Das war eine falsche. Das gibt es nicht. Das kann sich nur um Dummheit handeln. Hmm. Und wir nochmal. Oh, wow. gut sasha Das war's für heute. Das gibt's echt nicht. Und er ist schon wieder. Na gut. Du stirbst aber heute, glaube ich. Wie viel kommt er noch hoch? Der nächste? Wenn du jedes Mal wieder aufstehst, nachdem ich dich getötet habe, wird das irgendwann langweilig. Ja, okay. Und tot. Ah. Tschüss. So, mein Karakor. Oh ja, nicht auf mich. Such zum anderen. Okay. Das gibt's echt nicht. Ich schaffe es nicht. Gute Nacht. Ich bin schon ein Verwachter, zum Töten, keine Sorge. Viel zu viele hier. Aber gut. Jetzt. Der Feigläufer ist ein auch größerer Feigling als einer. Ach. Probieren wir's einfach. Gute Nacht. Gute Nacht. Ach. Pff. Zuerst. Na gut. Es war's mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau.